Hallo ihr Lieben, wir sind Biggie und Flo von Fototravelers.de. Wir sind hier auf La Palma und wir nehmen euch heute mit auf eine tolle Wanderung auf der Vulkanroute. Unser Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang. Wir sind bereits vom Refugio El Pilar etwas aufgestiegen und dürfen einem beeindruckenden Naturschauspiel beiwohnen, dem bekannten Wolkenwasserfall auf La Palma. Am Cumre Nueva, einem Gebirgszug, der 1400 Meter hoch ist, treffen die Klimaverhältnisse aufeinander, sodass sich hier Wolken ansammeln. Hier siehst du übrigens den Blick zum El Teide auf Teneriffa, Spaniens höchstem Berg. Nach dem wunderschönen Sonnenaufgang wandern wir nun den ersten Vulkan hinauf, immer den Wolkenwasserfall im Blick. Du kannst die Vulkanroute auf dem Normalweg gehen, dann läufst du zunächst durch Wald auf breiten Wegen oder du kannst wie wir über die Vulkane auf und ab wandern. Unser erstes Ziel ist der Gipfel des Birigoyo. Wir steigen immer weiter auf und haben einen grandiosen Blick hinunter auf die Caldera di Taboriente, den Gebirgszug Cumbre Nueva und eben den Wolkenwasserfall. Diese Tour beginnt jedenfalls schon spektakulär. Oben am Gipfel angekommen, blicken wir tief hinab auf die Caldera und die umliegende Landschaft. Traumhaft schön ist es hier. Unsere Route führt uns nun durch sich ständig ändernde Landschaft. Über den Montagna Barquita geht es weiter über den Montagna Pelada. Riesige Tannenzapfen begleiten uns auf dem Weg. Es geht immer auf und ab hinauf zum nächsten Aussichtsgipfel. Wir laufen hier durch den Parque Natural Cumbre Vieja. Hier gab es in den letzten 500 Jahren sieben Vulkanausbrüche. Die Vulkanroute ist eine der beliebtesten Touren auf La Palma, weil du hier einen richtig tollen Einblick in die abgefahrene Welt der Vulkane bekommst. Die Farben, die Lavaströme, so etwas wirst du vorher noch nicht gesehen haben. Jetzt gelangen wir auf den Normalweg. Der Pfad wird breiter und es geht gemütlich dahin. Allerdings ist die Tour sehr lang, denn erst nach fünf Kilometern erreichst du das erste Highlight. Den riesigen Crater del Hoyo Negro. Wie der Name schon sagt, ein großer schwarzer Vulkankrater. Die Landschaft führt uns nun durch einen Kiefernwald. Es riecht würzig nach Nadelbäumen. Wir erreichen einen grandiosen Aussichtspunkt. Die riesige schwarze Lava liegt vor uns. Die grünen Bäume bilden einen tollen Kontrast. Wir blicken hier auf den Doppelgipfel des Desiada. Das ist ein prähistorischer Vulkan und gleichzeitig der höchste Gipfel auf der Tour im Cumbre Vieja. Wir machen uns nun auf den Weg zum Desiada-Gipfel. Wir kommen an dem mächtigen Lavafeld vorbei. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Nun steigen wir zum ersten Gipfel des Desiada auf. Der Blick in den riesigen Krater ist einfach atemberaubend. Wir sind sprachlos. Die ganze Tour ist absolut beeindruckend. Der Weg verläuft nun direkt am Vulkanrand entlang. Hörst du den Lavasand knirschen? So eine Wanderung haben wir noch nie gemacht. Wir laufen jetzt weiter hinauf zum zweiten Gipfel des Desiada. Es geht jetzt hoch auf 1.974 Meter. Dort oben erwartet uns auch eine Markierung und ein großer Steinhaufen. Wow, welche eine Landschaft, oder? Das ist unglaublich. Mega, absolut genial. Wir laufen jetzt hier noch die Runde zurück und dann geht es auf dem normalen Weg zurück zum Auto. Dann müssen wir ja noch zum Auto zurückkommen. Alle anderen, die mit dem Bus fahren wollen, die laufen die Route noch weiter. Wir wandern nun einmal um den zweiten Krater des Desiada herum und gelangen zu weitermachen. Jetzt geht es den Krater hinunter. Der Lavasand knirscht wieder unter den Füßen. Auf dem Normalweg wandern wir zurück zum Refugio El Pilar. Hier war. Hier war es auch schon zusammen mit dem Flugzeug, das gibt esena hier. Durchίνer ein Europas человека.